In diesem Video zieht mir meine Assistentin, während ich im Rollstuhl sitze, einen Pflegebody aus. Diesen speziellen Body öffnet man zwischen den Beinen mit einem Reißverschluss. Dadurch ist es einfacher, bei der zu pflegenden Person die Inkontinenzmittel zu wechseln und diese zu pflegen. Wenn man sich im Rollstuhl hochdrücken kann, ist das Ausziehen des Pflegebodies recht leicht. Ich trage Tag und Nacht eine Einlage unter der Strumpfhose. Bis zum nächsten Mal.